Dass man wirklich gestalterisch tätig werden kann. Man kann das technische Umfeld in dem Bereich, wo man arbeitet, wirklich beeinflussen. Und das ist eine große Aufgabe und eine große Herausforderung. Damit ein Konsens entsteht zwischen allen Herstellern, damit schlussendlich ein Dach funktioniert. Dass wir in unseren Themenkreisen einen Vorsprung haben. Nicht nur für Großunternehmen ist es wichtig, an der Normung mitzumachen. Auch Klein- und Mittelunternehmen können hier ihre Vorteile nutzen. Gerade im Bereich der Normung können sie mit derselben Stimme sprechen wie ein Großunternehmer. Weil ich es wichtig finde, dass auch kleine Unternehmen wie Lukas Lang sich an der Normung beteiligen können, um ihre eigenen Anliegen auch einbringen zu können. Dass wir einfach gestalterisch tätig sein können. Wir können hier unser Fachwesen einbringen und vor allem können wir für die Konsumenten unserer Produkte ein sehr adäquat hohes Sicherheitslevel sicherstellen. Eine Basis für Innovation. Eine Basis, diese Produkte, die wir dann daraus entwickeln, auch in die ganze Welt zu exportieren. Weil wir die Argumente der verschiedenen Teilnehmer hören wollten, und zwar Originalton. Und dass wir unseren Standpunkt und unsere Meinung direkt in diese Debatten und somit ins Ergebnis einbringen konnten. Teilnahme selber sehr wichtig. Wir als globales Unternehmen haben unsere Kunden somit auch über den gesamten Erdballen verteilt. Und für unsere Kunden sind die internationalen Standards maßgeblich. Die werden auch in jedem Projekt gefordert. Dass man immer im Hinterkopf behält, dass diese Normen praktische Auswirkungen haben. Das heißt, es ist nicht irgendetwas, was man im Stil in Kämmerlein vor sich hinschreibt, sondern es wirkt sich auf das tägliche Umfeld von Personen aus. Und das muss man einfach beachten. Das ist ein geballtes Fachwissen, was uns tagtäglich in unserer Arbeit dabei unterstützt, damit wir wirklich der Bevölkerung optimale Verhältnisse anbieten können. Eine Welt ohne Normen bedeutet sicherlich Freiheit, aber Freiheit ohne Geländer sozusagen. Das heißt, mehr Sicherheit für Patienten im Gesundheitswesen. Und Normen bieten Rechtssicherheit. Austrian Standards. Driven by making sense.